Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den E&G Markets Morning Call für Montag, den 25. Oktober. Gut, und wir beginnen zunächst mit dem normalen Tagesschart im DAX und dem fallenden Trendkanal. Wir sind ja seit dem Verlaufstief bei 14.818 Punkten, dann letztendlich mit einer Tagesumkehr und einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper wieder über die 200er EMA-Linie angestiegen, die aktuell bei 15.016 Punkten notiert und konnten damit ein langfristiges Short-Signal verhindern, sind dann weiter angestiegen Richtung 10er EMA, hier natürlich dann erstmal nach unten abgeprallt, aber dann im zweiten Anlauf hier nach oben durchgebrochen, haben damit ein Stärkesignal generiert und sind letztendlich auch knapp hier über den 50er EMA, über die dunkelblaue Linie nach oben angestiegen und konnten bisher einen Verlaufshoch erreichen, hier am Freitag bei 15.614 Punkten. Dann ging es wieder abwärts, am Freitag sind wir dann letztendlich mit einer bärischen Tageskerze, mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Wir sind also hier am Widerstand von 15.600 Punkten nach unten abgeprallt, dann letztendlich bei 15.542 Punkten aus dem Handel gegangen und könnten nun möglicherweise vor einem erneuten Kursrutsch nach unten stehen, unter den 50er EMA und der 10er EMA, die liegen ja nun mittlerweile relativ nahe beieinander und könnten dann die obere Trendkanalbegrenzung des fallenden Trendkanals erneut antesten. Aber erst wenn wir hier in den Trendkanal zurückkehren, würde sich die Lage dann weiter eintrüben und wir möglicherweise dann zunächst bis zur Unterstützung bei 15.200 Punkten nach unten durchrutschen und darunter wäre dann der 200er EMA, wie gesagt, bei 15.016 Punkten die nächste Anlaufmarke. Aufhellen würde sich die Lage hingegen, wenn wir bei 15.600 Punkten nach oben durchbrechen könnten und wir dann weiter ansteigen Richtung 15.800 Punkte, da würde sich dann der nächste wichtige Widerstand befinden und über 15.800 Punkten wäre dann die runde Marke von 16.000 Punkten und das Allzeithoch bei 16.030 Punkten die nächste Anlaufmarke. Zudem könnte der DAX hier weitere Unterstützung bekommen mit einem bullischen Durchbruch des 10er EMAs über den 50er EMA der hellblauen Linie über die dunkelblaue Linie, damit wäre dann ein weiteres Long-Signal generiert, das dann dem DAX weiteren Auftrieb geben könnte. Gut, und dann machen wir weiter mit dem Monatschart im DAX. Da sind wir ja im Vormonat September am oberen Fibonacci-Faker hier nach unten abgeprallt, sogar mit einer langen schwarzen Monatskerze für den Monat September nach unten abgeprallt, aber die Abwehrstynamik, die setzte sich dann nur noch leicht bis unter den 10er EMA im Monatschart fort, diese hellblaue Linie hier und hier konnten wir uns dann wieder fangen und dann letztendlich wieder ansteigen und wie gesagt, dann am Freitag bei 15.542 Punkten nach einem Verlaufshoch bei 15.614 Punkten aus dem Handel gehen. Wir sind aktuell für den Monat Oktober mit einer bullischen weißen Monatskerze unterwegs, der Monat hat nur noch wenige Tage, dann wäre der Monat Oktober auch schon wieder rum und wir dürften höchstwahrscheinlich mit dieser weißen Monatskerze aus dem Handel gehen im Oktober und wir werden dann abwarten, ob diese Aufwärtsdynamik im Oktober sich dann auch im November weiter fortsetzen wird oder ob wir dann einen Verlaufshoch noch unter dem Verlaufshoch bei 16.030 Punkten bilden und dann im Monatschart hier wieder nach unten abdrehen und dann bei der neuen Abwärtsbewegung letztendlich auch hier den 10er EMA höchstwahrscheinlich dann nachhaltig nach unten durchbrechen werden und langfristig dann Kurs nehmen werden auf den unteren Fibonacci-Fäcker. Können wir hingegen weiter ansteigen, dann wäre natürlich langfristig zunächst das Allzeithoch bei 16.030 Punkten nächste Anlaufmarke und darüber dann, wie gesagt, der obere Fibonacci-Fäcker, wo wir in den Vormonaten immer wieder hier nach unten abgeprallt waren. Gut, und dann werfen wir einen Blick auf den S&P 500, auf den hier vorliegenden Wochenchart. Die Entwicklung im S&P 500 ist auch für den DAX von großer Bedeutung und wir sind hier im langfristig steigenden Trendkanal, der schon seit über 10 Jahren besteht, zuvor immer wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung hier nach unten abgeprallt. So auch in den Vorwochen, wo wir ebenfalls hier an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt waren, aber aktuell befinden wir uns hier wieder in einer Aufwärtsbewegung, haben einen Allzeithoch bei 4.559 Punkten markiert am Freitag und befinden uns hier wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung, könnten möglicherweise erneut hier nach unten abprallen und dann letztendlich das Verlaufstief hier bei 4.278 Punkten dann in einer neuen Abwärtsbewegung nach unten unterschreiten. Gut, und nun kommen wir zu unseren Long- und Short-Bereichen im DAX, die sich am Freitag bei 15.470 bis 15.520 Punkten für den Short-Bereich befunden haben und dann bei 15.000 bis 15.050 für den Long-Bereich. Wir konnten am Freitag ja wie gesagt über 15.600 Punkte nach oben ansteigen, zumindest kurzfristig haben dann das Verlaufshoch bei 15.614 Punkten markiert, danach ging es wieder bergab und wir sind dann hier mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen und könnten nun möglicherweise diese Abwärtsdynamik vom Freitag auch am heutigen Montag weiter fortsetzen und dann letztendlich auch erneut unter den 50er EMA und möglicherweise auch unter den 10er EMA fallen. Gut, und nun kommen wir zum Short- und Long-Bereich für den heutigen Montag. Da hat sich der Long-Bereich nicht verändert, der liegt dann weiterhin zunächst einmal zwischen 15.000 und 15.050 Punkten und der Short-Bereich dann zwischen 15.500 und 15.550 Punkten etwas nach oben angehoben. Gut, und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich später noch mit dem ING Markets Chartflash und dann am Morgen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg noch im heutigen Trading. Vielen Dank. Vielen Dank.